So, und diese Gleise muss ich ja jetzt eigentlich nur noch an den Bahnhof bekommen, den ich da hingebaut habe, wo der Weltraumfahrstuhl stand. Ich hoffe, der Zug fährt hier lang. Ich hoffe das wirklich. Es wäre nämlich echt blöd, wenn das nicht hinhaut, wenn das so ein bisschen Millimeter im Boden versackt ist. Hier zum Beispiel. So, und... Okay, warte. Ich muss jetzt... ...etwas improvisieren hier. Glaub ich. Ja, komm, ich trenne das mal hier eben. Zack. Und das, das. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann ist das der Dreier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, kann man das auch lösen. So, und dann versuche ich jetzt... Dann versuche ich jetzt den... Ach, scheiße. Den Zug? Au, Mann. Hier muss ich auf jeden Fall... Wo ist denn die Säge? Ah, okay. 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 Ja, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die Scheiße am Ende fährt. Ach, guck mal, da bin ich quasi schon beinahe geil. Dann lenke ich das hier mal zwischen den Steinen durch. Und dann... ... 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 Warte mal, was stand da oben? Ohren! 5%! Mhm. Ja, ist ja auch alles voll. Also das habe ich jetzt auch erledigt. Geil. Wie viel Strom habe ich über? Falsch, das ist die Lampe. Na schon ein bisschen. Ich denke, einen Zug sollte ich damit bestimmt bedienen können. Also hoffen wir mal. Gut, ähm. Oh, Movieaufnahme. Okay, ähm. Gut, ich nehme die HyperTube. Ah. Ähm. Untertitelung. BR 2018